ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Hallo zusammen, ich bin hier mit dem Marasch und Dave von Luzern. 041 ist im Building. Jungs, geht's euch gut? Voll easy, gerade Aufträge gehabt. Jetzt chillen. Chillig. Ja, ist easy. Ein bisschen verschwitzt und so, aber chillig. Ist es abgegangen? Ja, hat Spass gemacht. Cooles Sachen. Wir haben ein Mixtape rausgebracht vor kurzem. Wegen 1A. Es war okay. Es hatte einen rechten Hype. Viele von meinen Jungs, die das gehört haben, haben es recht geil gefunden. Ich persönlich natürlich auch. Gibt es da etwas Neues in der nächsten Zeit? Hint ihr vor, ein Album zu bringen oder eine EP oder irgendetwas? Wir haben jetzt vor einer Woche einen ersten Videoclip rausgegeben von unserem nächsten Projekt, das im September erscheinen wird. Es wird wieder ein Album sein, also alles mit eigenen Beats etc. Und es wird wieder gratis sein. Und bis dahin werden wir sicher noch ein paar Videoclips releasen. Gentleman genießt und schwiegt. Ich bin doch kein Gentleman. Ich packe mir deine Schwester und ich filme sie mit dem Handycam. Briebe mal den Kopf und reinschle. Wie ein Asi-Weiber-Harr. Ich fühle mich in Luzern. Wie der fucking Justin Bieber. In der ersten Klasse habe ich noch kein Sportdeutsch können. Jetzt gibt es Akademiker-Bitches, die mit dem Typ pennen. Mutterfigger, was ist da los? Ich blieb zu fern. Der Hip-Hop-Jam. Ich bleibe in den Ballen. Ich kann es nicht so gerne vor Leuten, die mir egal sind. Ich stehe nicht in der Booth. Ich habe eine Flugzeuge in meinem Buch. Weil ich liebe unsere Shit. All die Fassers in der Crew. Ich habe die Aura vom König. Das geht Liebe in der Luft. Kleid, dein Baby sagt. Das macht mich nicht traurig, dass wir hier zuhören. Alle kommen jetzt! Noch andere Sachen am Rand. Ich meine, euer Bruder, der Mimix, ist aufs Eis gechartert mit seinem Debutalbum Wodka Zombie Rambo Gang. Was hat das bei euch oder eurem Freundeskreis oder eure Clique so ausgewürgt? Ja, also im Freundeskreis eigentlich nicht so viel. Es ist immer noch das Gleiche. Wir sind immer noch Freitagssamstieg mit Prima Koftos. Es ist immer noch das Gleiche. Aber die Konzerte haben sich verändert. Beim Mimix auf jeden Fall. Und dadurch, dass wir häufig auch an seinen Konzerten mitgehen können und dort auch spielen. Auch bei uns so. Und dadurch, dass er auch auf dem Album vertreten ist, wo er jetzt aufs Eis gegangen ist und unter anderem auch die Hauptsingle gemacht hat vom Album. Das spielt sicher auch eine Rolle. Ich puste euch natürlich noch ein bisschen. Wir merken es schon, sagen wir es so. Gibt es mehr Bambis für die Brudis? Oder wie sieht es aus? Brudis gibt es noch gleich viele, aber Bambis? Ja. Freikommen. Ja. Wir vielleicht nachdenken. Wir müssen denißen an dem Zahlen im Abschwnen hier irgendwie. Dann ist etwas gerne. Garst du denn? Wir werden nachdenken. We bewerten. Es ist schön. Da southeast der Bband. Wir werden nachdenken. Es ist Februar. Wir sollten diese Companion. Untertitelung des ZDF für funk, 2017